Guten Tag Leute, hier spricht wieder euer Peter Game. So Leute, jetzt werden wir unser Wanderleben weitermachen. Werden wir sehen, ob wir jetzt in der Folge noch hinkommen. Oder wie es aussieht, weil ich will ja noch ein bisschen... Das wirst du nicht überlegen. Erledige den. Nicht nachlassen. Du bist schon. Du bist schon. Ja. Zusammenreißen jetzt. Alter, die Typen, die Typen, die Nerven haben. Die Nerven manchmal extrem finde ich, oder Leute? Aufgefühlt und dann hat man wieder die Probleme, weil die Leute wieder so kommen. Manchmal nerven die extrem finde ich, Leute. Immer so extrem nervig. Und man, ey, wir brauchen... Ich würd doch gern Panzer... Äh, Panzerding. Noch ein Panzerwandlerherz habe, aber irgendwie... Find, find mal die Irrchenwingen. Ich hab jetzt drei gekillt, ich hab jetzt drei gekillt, und wieder mitgekillt. Junge, Junge, das ist so schade. Ich würd gern noch das andere... Das wär's glaub ich noch, aber nein. Weil, ich glaub, Leute, manchmal denk ich mir, ah, wir nehmen nur noch die, aber ich hätt nach die anderen, man weiß ja nicht, ob man's mo' brauchen. Wieder mal. Das ist ja das andere Ding, find ich, Leute. Man weiß es ja nicht, ob man's die Emos wieder noch mo' brauchen. Das ist ja immer das große... Das große Problem, was man oft hat, Leute. Guck, sind wieder Panzerwandler, oder? Panzerwanderer, sollte ich jetzt im Handumdrehen überbrücken können. 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 1. Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was? 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 Dann haben wir alle Rüstungen, das heißt noch zwei Leuchten, das heißt wir brauchen nur noch zwei Leuchten der Geflechter. Noch zwei Gefechte, die zwei Leuchten, das Gewebe braucht man noch Leute und dann haben wir alle. Alter, das wäre cool, aber ich weiß auch, woher kriegen wir die jetzt? Das wäre, wo kriegen wir die Dinger noch? Und das brauchen wir größer, das brauchen wir glaube ich auch noch. Aber die gucken wir mal später, Leute. Weil ich finde eigentlich sau cool, wenn man alle die dort, die Rüstung, die hätte ich halt gern gehabt, wenn die legendär wäre, das wäre cool. Die ist cool, aber die unsere erste. Die legendär, die wäre die beste. Warte mal, ich will mal ein bisschen warten. So, wir haben jetzt neue, können wir neue Modifizier, ah, können wir nicht gut. Alter, wir können echt, man, so gute Sache. Man, Modifikationen, ah, viele für Schaden, für die Waffen, hör mal viele. Okay. Abriss, ah, ein bisschen mehr Schaden wäre die gut. Okay, die wäre die, die wäre die, noch ein bisschen Schaden, ah. Guck mal, du, Abriss noch, ah, Abriss. Dass die noch ein bisschen mehr Abriss hat und die machen mir noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr Schaden. Die, die, die brauche ich eigentlich kaum noch so dran. So, jetzt haben wir Domo wieder ein bisschen abgequältet, Leute. Und das ist cool, wenn man jetzt alle, alle Rüstungen hat, die sind immer am besten, finde ich. Weil dann kann man immer mal wieder testen, oder mal nehmen, weil wenn man alle Rüstungen hat, ist es eigentlich sau cool, finde ich. So viel wie mögliche Rüstungen holen, oder? So viel zum Thema leichtes Gepäck. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen, ein paar Tiere eliminiert. Oh, Mann. Oh, Mann. Aber, Mann, wenn wir mal irgendwo ein bisschen Ruhe haben, wo nicht so viele Tiere sind und einen schönen Platz finden, dann könnte man ja auch mal die andere Aussichts angucken, oder? So, das haben wir ja schon mal. Das haben wir ja, die haben wir ja, diese. Gucken wir mal, wie, was das, ah, das haben wir. Na ja, das Outfit, na ja, nicht der Bringer, finde ich. Guck mal, wie das Outfit so aussieht. Schlecht sieht's nicht aus, aber, Leute. Das beste Outfit, finde ich, ist eigentlich immer noch das, da. Halt mit dem. Das, ja, das sieht auch nicht schlecht aus. Aber gut, was wir für Waffen haben. Das ist Atmen, wir können jetzt richtig... Ding, aber, Leute. Bei den Outfits bleib ich noch mal dort. Das haben wir ja über... Überleben ist schwer. Aber das ist die Outfit, die ich am liebsten mag, finde ich, Leute. Das ist das Beste, was ich finde, Leute. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Aber es ist nicht schlecht, alle Rüstungen zu kriegen, die... Alle... Alle legendären. Wenn man alle legendären Rüstungen kriegt, Leute, ist es manchmal nicht schlecht. Ich hoffe, ich komme mal dort durch. Das wäre halt gut. So, hoffentlich komme ich mal dort... Irgendwie... Hm, komme ich da hoch. Das wäre gut. Ah, dann rüber können wir speichern, Leute. Ah, ich denke aber... Gegen die... Die... Gegen den... Äh... Gegen die... Kämpfen wir, denke ich, erst beim nächsten Mal, Leute. Weil, Leute... Jetzt noch mal kämpfen... Naja... Ich denke, Sache... Wir machen... Weil, die sind so heftig, dass wir uns richtig Zeit lassen müssen. Und dann denke ich, Leute... Wird euer Peter Gaming... Jetzt sage... Tschüss... Bis dann... Und... PG... Bis dann... Wie machen wir...